Bärlauch-Mac'n-Cheese? Hast du schon mal Bärlauch-Mac'n-Cheese gegessen? I don't think so. Unser Rezept für creamy, crunchy Bärlauch-Mac'n-Cheese ist also genau das, was du brauchst. Wie oft ich Bärlauch-Mac'n-Cheese hintereinander sagen kann? Oft, aber nun zum wichtigen Teil. Wir mischen unsere Pasta mit einer cremigen Bärlauch-Spinat-Käsesoße, überbacken sie mit mehr Käse und knusprigem Panko-Topping und dann sind in den letzten Wochen der Bärlauch-Saison keine Grenzen mehr gesetzt. Frühling! Du wirst es nicht bereuen! Wenn du uns folgst, willst du jeden Tag kochen.